Hallo, zurück zu meinem Baba is You durchspielen. Das müsste jetzt die fünfte Episode sein und wir machen wieder da weiter, wo wir aufgehört haben. Genau, das Level war zu Ende und ab auf die Map und gucken, wo das nächste ist. Solitary Island. Kann man hier solitär spielen? Hm, Level 00. Oh, ein Gedicht. Rose is red, Violet is blue, Fleck is Swin, Baba is You. Oh, wie knuffig. Okay, das muss man dann wohl um zwei nach oben verschieben. Ähm, ähm, nein, nach unten schieben, sonst ist man eine Flagge, die nicht gewinnt. Nein, Moment. Hm. the äh, 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 äh. Äh, mmm, Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. So, wenn ich jetzt runter schiebe, dann werde ich eine Rose und kann ein Papa gewinnen. Ja, so rum geht's. So, und dann floten wir mal. Äh, hey, das ist das erste Level. Hey. Weil Papa Float ist, kann er nicht die Flagge nehmen. Hmm. Hmm. Dann machen wir den Papa halt zum Rock. Dann geht das trotzdem. Oh, ein armer Fluss. Papa ist you and float. Das kann ich die Feed and float. Ähm. Hmm. Wenn ich das Wasser warm und floatig mache, kann ich dann unter dem Wasser herwandern. Ups. Herwandern, ohne dass es mich verbrennt. Und dann unter den Skulls ja laufen. Ähm. Ja, geht. Bridge Building. Bridge Building. Bauen wir mal eine Brücke. Rock ist Push, Baba ist you. Edge ist Stop, Water ist sink. Text ist float. Wie frech der... Ups. Kann man doch bearbeiten, wenn der floatet. Um. Um. Hmm. Um, 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 um um, 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 um Dann gewinnt der Papa. So, noch eins. Ne, ist nicht Move. Skull ist Hotbobber. Ich weiß, Yuki is defeat. Old is melt. Ist das, der macht mich kaputt? Nein. Oh. 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 Wenn ich den jetzt move'n lasse. Dann ist er kaputt. Hm. Oh. 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 Ähm, ähm, ähm. Achso, die tun mir gerade gar nichts. Hot ist nicht gefährlich, mhm, cool. Beim nächsten Schritt werden sie aber zum Defeat und dann ist es doof. Noch eins weiter schieben kann ich nicht, weil dann ist Baba tot. Putschach-Matt oder Baba-Matt. Putschach-Matt. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Das wird Tuch. Bis zum nächsten Mal. Das triggert zuerst das Despawnen oder das Wegdrücken. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh, oh, oh. Irgendwo mittendrin gerade eben ist die Kamera ausgegangen, weil wir über eine halbe Stunde sind. Von daher fühlt jetzt ein bisschen Audio um. Zurück, zück, 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 zück. Nein, 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 so. Wenn ich dich einfach dazwischen packe als Puffer. Und dann kann ich trotzdem nix zu S.W.N. machen. Kann ich den Volt dann trotzdem verschieben? Nö. Verdammt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020